Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. Sonderausgabe deshalb, weil ich heute mal wieder nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern einen prominenten Gast bei Frag Fabian begrüßen darf, unseren Landtagsvizepräsidenten Alexander Holt. Alex ist heute da, weil er nicht nur unser Vizepräsident ist, sondern auch unser asylpolitischer Sprecher in der Freien Wähler Regierungsfraktion. Und heute geht es um eine Frage zu dieser Zuständigkeit, lieber Alex. Der Holger hat geschrieben aus Nürnberg, er hat wahrgenommen, dass es in den letzten Wochen eine intensive Debatte über das Asylrecht, über die Frage der Zuwanderung gegeben hat. Es gab ja da den ein oder anderen Vorschlag aus Berlin, den wir seitens der Bayerischen Staatsregierung ziemlich kritisch hinterleuchtet haben. Es gab aber auch eine Beschlussfassung unserer Bayern-Koalition, des Bayerischen Kabinetts und Alex einen Vorstoß von unserer Regierungsfraktion als parlamentarische Initiative. Und dazu schreibt mir der Holger jetzt, Wir haben zwischenzeitlich mehr Asylsuchende in meiner Heimat als 2015, als niemand über irgendetwas anderes gesprochen hat. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Was habt ihr vor? So schreibt mir der Holger. Und ich erlaube mir, diese Frage an denjenigen weiterzugeben, der am meisten davon versteht in unserer Regierungsfraktion. Alex, wie schaut's aus? Also was wir vorhaben, haben wir ja letzte Woche schon klargemacht mit einem Antrag. Und nicht immer geht es so schnell, dass die Staatsregierung reagiert. Also kaum sind fünf Tage vergangen, hat die Staatsregierung genau unsere Vorschläge schon aufgenommen, hat gesagt, genau diese Dinge machen wir, soweit wir es in Bayern machen können. Und soweit wir es nicht in Bayern erledigen können, fordern wir und forcieren wir, dass sie vom Bund passieren. Zur Frage von dem Holger vielleicht zunächst einmal. Ja, die Zahlen sind zurzeit natürlich schon sehr, sehr belastend. Es ist aber gar nicht unbedingt so, dass wir dramatisch mehr Asylgesuche haben. Wir haben natürlich mehr als zu Corona-Zeiten, aber wir haben deutlich weniger Asylsuchende als 2015, 2016. Aber wir haben natürlich über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind. Und das ist rechtlich natürlich eine ganz andere Geschichte, aber es ist für die Belastung für die Kommunen natürlich genau das Gleiche, ob ich Asylbewerber da habe oder Kriegsflüchtlinge. Ich finde es ehrlich gesagt schon beachtlich, welche Leistung da die Kommunen vollbracht haben, diese ganzen Flüchtlinge aufzunehmen, die ja innerhalb kürzester Zeit völlig unvorbereitet bei Kriegsausbruch auch schon nach Bayern gekommen sind. Ich finde es auch wirklich beachtlich, was wir an Integration geschafft haben. Wenn wir uns vorstellen, dass wir ins bayerische Schulsystem innerhalb von Wochen 30.000, über 30.000 Kinder aus der Ukraine integriert haben, über Willkommensgruppen direkt am Anfang und aber schon mit Beginn dieses Schuljahres wirklich in Willkommensklassen, aber auch in Regelklassen. Man hört da aus den Schulen überhaupt nicht, dass die Schulen überlastet werden damit. Da leistet unsere gesamte Schulfamilie, die Lehrer, die Betreuer, auch die Eltern, die mit unterstützen, schon sehr, sehr viel. Ich glaube, das muss man auch einfach mal sagen, dass da wirklich ganz tolle Arbeit geleistet wird. Das ist das eine. Aber tatsächlich, die Kommunen stoßen an ihre Grenzen, inzwischen vor allem, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft. Und wir wollen auf jeden Fall verhindern und vermeiden, dass wir wieder Turnhallen belegen müssen. Unsere Kinder, unsere Vereine brauchen die Turnhallen für den Sport. Das ist auf Dauer ja auch keine Lösung. Man muss Turnhallen umbauen und dann mit großem Aufwand das wieder zurückbauen und Ähnliches. Wir wollen auch nicht, dass jetzt gerade bei den kalten Temperaturen Menschen in Zelten leben müssen. Und deswegen die allererste Forderung, weil da wirklich Unverständliches passiert oder auch nicht passiert, der Bund muss endlich seine leerstehenden Immobilien freigeben. Wir haben quer Bayern sehr, sehr viele leerstehende Konversionsflächen, leerstehende Kasernen, die der Bund einfach dafür nicht hergibt. Und das geht einfach nicht, dass der Bund uns, dem Land, den Kommunen, diese Aufgabe aufbürdet, aber selber nicht seinen Teil dazu beiträgt. Teilweise wird das mit Argumenten, die seien in so schlechtem Zustand getan, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also selbst wenn eine Kaserne in nicht gutem Zustand ist, dann ist so ein Gebäude, das ja in der Regel massiv gebaut ist, immer noch besser im Winter als eine Zeltlösung zum Beispiel oder auch als eine Turnhallenlösung. Dann muss man halt mal kurzfristig dort die sanitären Einlagen auf Vordermann bringen. Das geht. Das geht allemal besser als in der Zeltlösung. Das ist unsere allererste Forderung, die Kommunen entlasten, indem Immobilien freigegeben werden, aber auch bei den Kosten der Unterkunft entlasten. Das hat der Bund pauschalisiert, schön und gut, aber diese Pauschalsummen reichen jetzt halt nicht mehr. Und es ist nicht einzusehen, dass unsere sowieso schon bis an den Rand belasteten Kommunen diese Kosten auch tragen müssen. Das bedeutet faktisch, unsere bayerischen Landkreise beschlagen haben im Moment beispielsweise ihre Kreissporthallen, schicken die Handballvereine, die da drin trainieren, nach Hause, während der Bund eigentlich Liegenschaften hätte, die er für Bayern und für dieses Thema nicht verfügbar macht, oder? Also zum Glück ist es so, dass die bayerischen Kommunen nach Möglichkeit genau das verhindern wollen. Da ticken wir doch alle gleich. Aber wir kommen ja zu einem Punkt, wo es teilweise nicht mehr anders geht. Die ersten beschlagen haben auch schon die Sporthallen. Und das darf auf Dauer nicht sein. Das ist eben auch keine Lösung. Das kann man mal wirklich, das konnte man machen, als die ersten Ukraine-Flüchtlinge ankamen und gesagt haben, okay, für ein, zwei Wochen kann man da Feldbetten aufstellen. Aber es geht ja jetzt auch um Unterkünfte, die wir für Monate und für längere Zeit brauchen. Und da brauchen wir einfach bessere Lösungen. Zumal die Hallen ja oft welche sind, die schon als Corona-Impfzentrum verwandt worden sind, früher verwandt worden sind, in der Asylkrise 15 und so weiter. Wie steht es, Alex, mit der Debatte um die Fachkräfte? Was man immer wieder hört, ist ja die Aussage, wir brauchen dringend Fachkräfte, aber wenn wir welche haben, dann sind die von der Abschiebung bedroht. Und dann gibt es ja immer so eine Vermengung von dem Asylrecht auf der einen Seite und der Arbeitsmarktzuwanderung auf der anderen Seite. Da haben wir ja, wenn wir mal die vier Jahre, die wir jetzt an der Regierung sind, zurückdenken, da haben wir ja sehr, sehr viel erreicht. Gerade auch bei unserem Koalitionspartner haben wir schon auch eine Änderung der Denkweise teilweise erreicht. Wir haben die 3 plus 2-Regelung immer angemahnt, dass die offensiv in Bayern durchgeführt wurde. Das hat eine gewisse Zeit gedauert. Das ist inzwischen kein großes Thema mehr. Das haben auch alle eingesehen. Das heißt, wer eine Ausbildung macht, der darf so lange auf jeden Fall da bleiben während der Ausbildung. Der darf danach, nach der Ausbildung, noch zwei Jahre da bleiben. Und wenn er in dieser Zeit sich nicht zu Schulden kommen lässt und seinen Lebensunterhalt selber verdient, dann ist er auch ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft und dann hat er auch gute Chancen, auf Dauer bleiben zu können. Das ist das eine. Dann haben wir auch erreicht, was zunächst anders gehandhabt wurde, das nicht im letzten Jahr noch weiterhin versucht wurde, Menschen eben auch, die in Lohn und Brot stehen, noch schnell abzuschieben, bevor sie unter das Chancenaufenthaltsrecht fallen könnten. Da muss ich ehrlich sagen, da hat der Innenminister dann wirklich gut und relativ schnell auf unsere Forderungen reagiert. Hat die Ausländerbehörden angewiesen? Nein. Wer eine Chance hat, ab 2023 unter das Chancenaufenthaltsrecht zu fallen, da sollte man das Ermessen so ausüben, dass er bleiben kann. Jetzt haben wir das Chancenaufenthaltsrecht, auch ganz spannend. Das hat unser Koalitionspartner noch vor einem halben, dreiviertel Jahr als des Teufels gebrannt und hat uns vorgeworfen, wir würden damit Straftäter im Land behalten wollen. Inzwischen hat auch der Innenminister eine Anweisung an seine Behörden herausgegeben, dass man dieses Chancenaufenthaltsrecht so gut, so umfassend, so schnell es geht, anwenden soll, um wirklich den Menschen, das ist ja eine Altfallregelung, denen, die schon über fünf Jahre hier sind, jetzt auch die Möglichkeit zu geben. Die haben sich ja zum Großteil schon gut integriert. Da sind viele dabei, von denen wir wissen, dass die sowieso gar keine Chance mehr haben, irgendwie in ein Herkunftsland zurückzukehren. Das heißt, die werden sowieso bleiben und da gibt es doch nichts anderes als möglichst schnell integrieren. Und was ist der beste Weg, um zu integrieren? Schule, Ausbildung, Arbeit. Das wird jetzt offensiv angewendet, aber wir haben nach wie vor das Thema, viele fallen halt nicht darunter. Wer nicht fünf Jahre ununterbrochen hier ist, fällt nicht darunter. Und da, glaube ich, müssen wir schon noch zulegen, da müssen wir noch nachlegen, auf die Art und Weise, dass wirklich Menschen, die eine Ausbildung hier machen oder machen wollen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass wir die nicht abschieben und zugleich händeringend auf Auslandsmärkten versuchen, neue Arbeitnehmer anzuwerben, von denen wir nicht wissen, ob die genauso verlässlich sind, ob die genauso integrationswillig sind, ob die Deutsch lernen überhaupt. Bei denen, die schon hier sind, können wir es ja beurteilen. Und wer da nicht will, natürlich, und wenn er kein Bleiberecht hat, muss er in sein Herkunftsland zurück. Aber diejenigen, die integrationswillig sind, die sollten wir doch, so gut es geht, auch nutzen. Unsere Wirtschaft braucht sie dringend und auch unsere Gesellschaft kann sie brauchen. Zumal es, glaube ich, auch über die Akzeptanz mit entscheidet, weil die Menschen zu Recht nicht nachvollziehen können, dass wir diejenigen, die dann gut integriert sind, die in Lohn und Brot stehen, auf eigenen Bahnen stehen, sozusagen nach Hause schicken und am Folgetag eine Abwerbe abkommen, mit anderen Ländern schließen, um wieder Fachkräfte zu bekommen. Genau, also da geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir. Wir bekommen beide, denke ich mal, täglich auch Anfragen von Handwerksbetrieben, von kleinen Gewerbetreibenden, die sagen, das kann doch nicht sein, ich habe da jemanden, der ist so fleißig, der ist lernwillig und den will ich behalten und jetzt muss ich mich mit dem ganzen Behördenkram rumärgern, weil er Gefahr läuft, abgeschoben zu werden. Genau, ich glaube wirklich eine gute Entwicklung entgegen der ursprünglichen Haltung unseres Koalitionspartners, dass wir uns da auch dank deines Engagements jetzt ein wenig in eine andere Richtung verständigen konnten. Stichwort Chancenaufenthaltsrecht noch letzte Frage. Alex, es kam ja aus Berlin jetzt auch der Vorschlag, mit der Vergabe von Staatsbürgerschaft schneller zu werden, also den Menschen früher einen deutschen Pass anzudienen. Wie ist deine Sichtweise dazu? Also im Gegensatz zum Chancenaufenthaltsrecht, was ja eine jahrelange Forderung von mir, von uns war und jetzt endlich umgesetzt wurde, ist die Ampel beim Staatsbürgerrecht völlig auf dem Weg. Die Einbürgerung ist für mich das Sahnehäubchen der Integration. Und die Ampel sieht es genau anders, die sagt, die Einbürgerung ist der Beginn der Integration. Man muss sich Integration wie eine Treppe vorstellen. Die unterste Stufe ist, ich komme an in einem Land. Ich orientiere mich langsam, ich sehe mich um, ich studiere erst mal die Gepflogenheiten, die Sitten, was es zu essen gibt und so weiter. Dann auf der nächsten Stufe lerne ich langsam die Sprache, ich lerne langsam, mich zurechtzufinden, mit der Straßenbahn zu fahren, was weiß ich alles. Die nächste Stufe ist dann, ich mache eine Ausbildung, ich suche mir eine Arbeit. Die nächste Stufe ist, ich knüpfe persönliche Kontakte, da entstehen Beziehungen im Sportverein oder vielleicht gar eine Ehe oder Ähnliches. Und auf der nächsten Stufe, da bin ich schon ziemlich weit oben, da beginnt es dann, da sage ich, ich identifiziere mich langsam mit diesem Land. Ich fühle, dass das eine neue Heimat werden kann, weil ich mich hier zurechtfinde, weil ich angekommen bin, weil die Menschen mich positiv aufnehmen und weil ich mich hier integriere. Und am Ende dieses Prozesses, oben auf der Treppe, als Sahnehäubchen, kann dann die Einbürgerung kommen. Aber nicht als erstes, niemand wird sich deswegen integrieren, weil er einen deutschen Pass hat. Da sind sie völlig auf dem Weg. Zumal natürlich man sagen muss, was bewirkt denn die Einbürgerung, was bewirkt der deutsche Pass? Keinerlei Pflichten. Es gibt die Wehrpflicht nicht mehr. Ansonsten gibt es keine Pflichten, die mit der deutschen Staatsangehörigkeit verbunden sind. Nur Rechte. Vom Wählen bis, und vor allem ich kann jemanden, der dann vielleicht doch straffällig wird, auch nie mehr abschieben. Also klare Statement, Staatsbürgerschaft als letzter Schritt, als Sahnehäubchen und nicht als erster Schritt. Finger weg vom Staatsbürgerrecht. Aber lasst uns wirklich schauen, dass wir Menschen, die integrationswillig sind, dass wir die in unseren Arbeitsmarkt integrieren, in unsere Gesellschaft integrieren. Ich halte es auch für absolut wichtig, dass wir die Menschen möglichst schnell, da sind wir wieder beim Ankerfangspunkt, möglichst schnell aus Flüchtlingsunterkünften, aus den Ankerzentren rausholen, dass wir sie möglichst schnell arbeiten lassen. Nicht nur, weil wir sie brauchen als Arbeiter, sondern vor allem, weil das auch der beste Weg ist, damit jemand nicht auf dumme Gedanken kommt. Wenn er was zu tun hat, dann entstehen die Spannungen im Ankerzentrum nicht. Also lasst die Menschen so schnell es geht arbeiten. Alex, vielen Dank. Nicht nur für das Stellungnehmen zu dieser Zuständigkeit deinerseits im Parlament, sondern insbesondere, erlauben wir es zu sagen, auch für den massiven persönlichen Einsatz für dieses Thema, zwischenzeitlich seit vier Jahren. Wir haben da, glaube ich, schon ein bisschen einen Kurzwechsel in Bayern auf den Weg gebracht, durch unsere Beteiligung an der Bayerischen Staatsregierung, einen Kurzwechsel, der uns gut tut, sowohl für die großen Fragen im Bereich des Asylrechts, als auch im Hinblick auf die Frage Fachkräftemangel, Arbeitsmarktintegration. Und vieles davon ist dein Verdienst. Dafür herzlichen Dank. Vielen Dank auch fürs Erklären. Heute bei Frag Fabian. Holger, so viel zu deiner Frage, die wir damit hoffentlich erschöpfend beantworten konnten. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet sie entweder da unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde. Es wieder heißt Frag Fabian. Und ich bin schon gespannt, worüber wir dann reden und wer dann an meiner Seite sitzt.